Die Übersicht wieder kurz nach selben. Wir gehen in die Verlängerung. Hi, wir sind's, Zeus und Wörby aus der SWR3 Morningshow. Island gewinnen! Morgen ist Finalvormittag. Jawohl. Auch am Samstag gewinnen. Und Achtung, andere Uhrzeit, ne? Die letzten vier Chancen bekommen sie morgen zwischen 8 und 12. Außerdem ergab die Untersuchung des Island. Und zum Start morgen früh um Viertel nach 8 im Designerladen.